Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir werden heute mal nicht-galaktischer Angriff spielen im Multiplayer. Das ist der folgende Grund. Ich kriege einfach keine Runden zusammen. Wir werden anfangen mit einer schönen Runde Gefecht einfach mal und bin mal gespannt, ob hier Runden zusammenkommen, denn bei galaktischer Angriff passiert einfach gar nichts. Ich werde jetzt zum vierten Mal, wo ich in eine Runde geschmissen wurde, zwei, drei Leute einfach nur warten, dass eine Runde voll wird. Bei mir ist momentan Dienstag 10.15 Uhr. Ich hatte noch nie diese Problematik. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja irgendwas passiert. Ich habe es verpasst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall suchen wir mal eine Runde Gefecht. Wir dasnächst suchen wir eine Runde Angriff. Wir dasnächst suchen wir mal eine Runde Helden versus Schurken. Da brauchen wir ja wirklich nicht viele Spieler und gucken uns den ganzen Kladderadatsch einfach mal an. So, wir haben gute Credits. Ich will jetzt ein bisschen sparen, aber das Kartenblätter kaufen lohnt sich fast gar nicht mehr. Wir haben eigentlich schon so viele. Wir können ja im Hintergrund suchen, weil ich bin neugierig, was wir noch brauchen für Kills, für die Verbesserung der Endwaffe vom Angriffstrupp. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf Kraid. Verlassener Rebellenaußenpost von Kraid. Angriffsmodus cool. Jetpacks machen dich extrem wendig. Aber mich nicht. Verstärker des Verstärkers kann als Schild oder zur Heilung dienen. Immer schöne Nebeninformationen, die man so mitnehmen kann. Der Specialist Truppe hat weniger Gesundheit als jede andere Klasse genitzt sich, aber schneller. Ja, weil schon weniger kommen muss, ne? Gut, jetzt bin ich gespannt. Es wird noch ein Spieler benötigt. Wow. So gut war ich heute noch nicht, aber alle Runden scheinen razzikal leer zu sein. Boah, ich werde mit denen sowas von verkacken, aber ich muss trotzdem versuchen, obwohl wir können mal... Ich habe ja den Ion-Schuss ausgemacht, ne? Ja, der ist aus. Mit der hier ein bisschen Spaß haben. Ist ja auch mal fein, so eine etwas leere Runde zu bekommen. Ich verstehe nicht, also so wenig Spiele habe ich noch nie gehabt. Ich wollte heute eine fette Aufnahme-Session starten mit mehreren Folgen, weil ich bald den Lehrgang beginnen muss. Da habe ich dann weniger Zeit, logischerweise. Aber der eine müsse doch irgendwie reinkommen. Ich weiß schon mal, man wüsste, welche Stufe der hat, ne? Der Gegner. Das Balancing ist hier einfach der letzte Rödel. Ein Spieler. Und ich werde, der eine wartet nur darauf, dass einer kommt, damit er wieder rausgehen kann. Oh, guck mal, jetzt wechselt es schon ab hier, weil es so langweilig wird. Drei Kills hat er schon bei mir. Der ist schon ein bisschen besser. Der Blaster ist aber der letzte Mist. Und da ist er. Meine Lieblingsklasse. Mit verbesserter Kühlung. Alles mögliche. Da, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Irgendein Pillemann war wieder dabei, der die Runde verlässt. Es sind sogar zwei gewesen. Oh, ich hasse euch Menschen. Ich hasse euch. Was denn? Die Runde hätte starten können und die hauen es alle ab. Jetzt ernsthaft. Ich probiere das mit Argus-Augen. Es wird in den letzten Sekunden dann abspringen. Wartet ab. Ih, was haben die denn zu Hause? Was machen das? Was sind das für Menschen? Aber sie wird starten. Ich habe ein gutes Gefühl. Zehn Sekunden noch. Mann, man kriegt keine Runden mehr heute. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe heute noch am Tag leider keine Zeit zum Aufnehmen. Verdammt. Okay. Ist keiner abgesprungen. Sind liebe Menschen. gewesen. So. Böse Waffe. Aber auch eine coole Mette, ne? Neu, die Nachtsicht. Boah. Ernsthaft. Aber die habe ich erstmal gepiesackt ein bisschen. Nein. Kriegen wir nicht hin. Die Runde füllt sich jetzt auch immer mehr und mehr. Und so hat man erstmal ein paar Runden. Das hat ein wirklich anderer Spielmodus. Was hat der Radar da unten? Spam eh alle diese Waffe. Boah. Arschloch. Hat der mich gestört. Ich bin gespannt, wie die Runde endet jetzt. Von den Punkten her vor allen Dingen. Weil ich spiele die Angriffsmodus. Also ich bin ja einfach immer galaktischer Angriff. Ich vermisse dann halt auch die Flieger und sowas. Und die Helden. Okay. Okay. Ey, ich kann nicht rollen. Was ist los? Mein Roller hat nicht funktioniert. Okay. Ist ja mal was anderes, ne? Wir sind ein gutes Team. Nein, sind wir gar nicht. Die haben mich verkackt. Vielleicht snipe ich hier. Ein Schicksal. Ah. Okay. Boah. Wo ist der denn gerollt? Wie so ein Fisch? Mal ein bisschen vorsichtig. Also das ist ein bisschen taktischer tatsächlich. Ja klar. Es ist so sonnenklar. Mist. Beide dieselbe Waffe gehabt. Gut. Ich habe doch schon zweit gelacht. Ach nee, ich habe schon viel. Ich dachte in eins. So. Okay. Ich bin da schön auf den Kopf, aber der ist schwer. Wollen ja nicht getötet werden, ist ja klar. So. Da kam sie her. So wenig kommt mir das vor. Ah, schön. Wir brauchen viele Kills. Als Angriffshuppler. Schön ruhig bleiben. Nicht aufstehen! Nichts da, Kollege. Hier kommst du nicht. Ich weiß schon den Fans. Oh nee, das war die Silberwaffe. Oh, das war ein schöner Killstreak. Spaß gemacht. Ohne Rolle bist du hier am Arsch. So, mal gucken, ob man Wookie hinkriegt. Ist ja schon eine gute Klasse. Das ist ja sehr cool, ey. Wir haben die Hälfte geschafft. Wir treffen, wir sehen. Ja, holt ab. Wow. Dann habe ich noch nie eingekillt. Keiner hier. Schwerer-Schütze. Kristallhöhle. Renter. Jui überhitzt. Ich bin down. Macht Spaß. Macht Spaß der Spielmodus. Ist aber sehr schnell. Wir sind gut. Wir sind gut. Oha. Und zwar hinten noch einer. Boah. Das ist ja total schwer mit dieser Nachtsicht. Mann, warum hat er überlebt? Der hat doch diese... Nee, der hat einen A280. Der hat doch viel weniger AP als ich. Naja. Steckt man nicht drin. Das ist ja eine Wuse. Wir machen aber Kills. Also man kann hier gut Kills abfahren. Aber auch leider auch Verluste. Ach, Schui ist voll scheiße. Ist ja kein Schuhe. Ist ja nicht der echte. Okay. 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 Boah, ein Hedger dabei. Kaffee und Heimer. Kaffee ist komplett leer. Alle Tassen verflucht. Oh, der war aber gut. Ich bin im Gewinnerteam. So knapp. Ach, Quatsch. Wir haben einen. Nachgeladen oder was? Was denn? Wow. Und die sind sauber. Aber nicht so wirklich viel. Geht halt sehr schnell, ne? Und irgendwie fehlen die Helden. Ist einfach so. Wir sind nicht mehr viele. Wir müssen uns beeilen. Ein dicker Truppler. Hallo? Fahrer. Oh, Treffen. Scheiße. Na komm, komm. Letzter. Dann kann man kein Jetpack aktivieren. Warum auch immer. Wie ich 1000 Tonnen. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte ihn haben, den letzten. Aber wir haben gewonnen. Ausgangsweise mal sehe ich dieses Sieg-Sieg-Zeichen. Ein Sieg-Sieg-Zeichen. Ist in der Regel ja nicht meins. Gut. Okay. Irgendwas stimmt heute nicht mit Star Wars World. Ich finde, ich glaube, deswegen sind die auch so leer, die Server. Spiel bereits beendet. Keine Daten bis zur nächsten Runde verfügbar. Irgendwas stimmt gerade ganz derb nicht mit Star Wars Battlefront. Mal gucken, was passiert. Sind wahrscheinlich gar nichts gewertet oder so. Deswegen spielen wir auch so wenig, Leute. Ich konnte auch meine Kiste nicht aufmachen. Da war auch ein Fehler. Vielleicht patchen die Server ja gerade oder sowas. I don't know. Spieler sind alle da. Was das zieht für eine Map nochmal? Naja, werden wir rausfinden. Ach, der Blaser ist einfach der überstärkste. Und den nimmt auch eigentlich jeder. Oh, okay. In der nächsten Runde, bitte. Roger, roger. Jetzt weiß ich wieder, welche Map das ist. Harte Map. Natürlich hart. Die Strategie zeigt erste Erfolgsaussichten. Wie machst du das? Ah, das hätte ich haben können. Verdammt. Die Statistiken sprechen für ein positives Resultat. Kann doch nicht sein, ey. Tim. Was hat er denn da gehabt? Das war ein schwerer Truppler, ne? Das hört's an. Also die Map sind halt Mikro, Mini, winzig klein, ne? Das geht da auch ganz schön zur Sache. Okay. Tim der Druide. Alles ist wahrscheinlich, wo der Mona Lisa hängt da, aber das macht ja keinen Sinn. Ach, Mann. Man kann hier mal was in Deckung gehen. Boah, ich bin schlecht. Ich bin in dem Motor, spiele ich auch wirklich nie. Ah, Flütschock. Ein Aftershock. Wenn man die Map mal so erkunden. Muss man so neugierig sein. Also wir warten. Da oben ist er. Ein Cycling. So. Interessant. Oh, das war unangehüpft, der Lümmel. Und da oben? Der hat mich gekillt? Okay. Keine Schwünge. Roboter langsamer läuft, weil... Oh! Lackschutz. Lackschutz, cool 10. Ne, nicht von hier, ne. Ne, ne. Also diese Schwünge sind aber echt schlapp. Wo bleibt er denn? Gegners. Gegners. Hä? Finde ich einfach nur random ballern. Das ist ja Blödsinn. Von hinten. Keine Ahnung, wo wurde er jetzt kam. Der mischt sich hier ziemlich heftig. Ich bin letzter? Ich bin voll in Mühe. Heilung sofort einleitern. Aber das Nachtsicht ist nicht so gut. Man sieht zwar den Gegner. Aber man hat dann auch gar nicht so eine Weitsicht damit, ne. Ja. Jagdprogramme geladen. Truppen der Republik Faust vollständig dezidiert. Wow. Mein Leer, mein Leer, mein Leer. Wir campen sie gerne. Oder einen erwischt. Viel zu viele. Wie gemein. Ich habe sogar noch eine erledigt. Warum bin ich denn da so schlecht hier? Bereich gesichert. Alle Bedrohungen neutralisiert. Ein eindeutiger Sieg. Entschuldigung. Win. Ja, das klappt hier nicht, ne. Ich weiß nicht, was los ist. Ich werde auch diesmal, das war auch meine letzte Runde. Sonst bringt das ja nichts, wenn die Punkte nicht gut geschrieben werden oder sowas. Weil das ja hier scheinbar nicht funktioniert. Was für eine schreckliche Tat. Dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war's Battlefront. Bis dann. Bis dann. Bis dann.